Mein Name ist Christian Rattemeyer, ich bin Kurator für Zeichnung und Grafik am Museum of Modern Art in New York und ich kenne Nassan schon seit Jahren. Ich habe versucht nachzudenken, wann genau die Taipei Biennale war, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Was war das, sieben Jahre her, acht Jahre her? Acht, acht bestimmt. Acht Jahre her. Und dann sind wir uns immer wieder in anderen Orten und Städten begegnet, in Istanbul, also aber irgendwie hatten wir noch nie den Anlass, anlässlich einer Ausstellung und wirklich arbeiten hier vor Ort in Berlin gemeinsam miteinander zu sprechen. Insofern habe ich mich sehr über die Einladung gefreut, vielen Dank und freue mich sehr mit dir über sowohl die aktuelle Ausstellung als auch über deine Praxis und über deine Arbeiten insgesamt ein bisschen zu sprechen. Ich weiß von der Taipei Biennale, wo wir uns kennengelernt haben, dass du dort Arbeiten gemacht hast, die im öffentlichen Raum funktionieren. Also diese Protestrucksäcke, die sich Besucher der Ausstellung ausleihen konnten und damit in den Stadtraum zu gehen und dort sozusagen selbst Botschaften, Nachrichten, Mitteilungen, Protest in den öffentlichen Raum zu tragen und dieses Verhältnis zwischen einer Sprache im öffentlichen Raum, die in den Kunstbereich zurück übertragen und die aus dem Kunstbereich wieder zurück in den öffentlichen Raum gehen kann, läuft ja als Faden durch viele deiner Arbeiten hindurch. Und insofern wollte ich fragen, inwieweit du das aktuelle Projekt als eine, wie soll ich sagen, Fortsetzung, Variation, Abwandlung dessen, was dich in deiner Arbeit grundsätzlich beschäftigt, verstehst oder inwieweit einzelne, wie soll ich sagen, Entscheidungen, die du getroffen hast, wie du dazu gekommen bist. Einfach um ein bisschen, ich wollte hoffen, dass du ein bisschen erstmal grundsätzlich über deine Arbeiten reden kannst, dass wir dann von dort aus vielleicht einzelne Teile und einzelne Themen und Materialien stärker in den Gesichtspunkt nehmen können. Ja, wenn wir jetzt über die eine Arbeit zum Beispiel Backpacks in Taipei sprechen, das ist ja eine Arbeit, die beinhaltet Rucksäcke, die man aus dem Ausstellungskontext rausleihen kann. Was in vieler Hinsicht auch kompliziert ist, weil es für Museen relativ schwierig ist, Sachen, die Werkzeuge, Messer, Äxte, Bohrer, aber auch Gasflaschen und Batterien und wie auch immer haben, dass die sozusagen auch immer rein rechtlich auch aus dem Museum rausgehen können und wieder zurück können. Und das sind dann eher so Plattformen, die ich kreiere, wo der Besucher eigentlich die Möglichkeit hat, die wirklich wahrzunehmen, die wirklich zu benutzen. Da geht es mir eigentlich auch gar nicht so sehr, was sie dann wirklich mit dem Demonstrationsrucksack dann auch wirklich anstellen, aber eher so diese Entscheidungsfindung, da ist etwas, ich könnte es sozusagen rausnehmen, ich könnte es auf meinen Rücken schnallen und wirklich ins Öffentliche gehen und aktiv werden. Und dieser Gedankenprozess ist mir wichtig. Bei dieser Arbeit ist es ein bisschen anders, weil es ist schon auch, kommt ein bisschen von der, weil zuerst kam eigentlich die, vor zwei Jahren habe ich angefangen, diese Holzschnitte oder sagen wir mal Holzdruckplatten zu schnitzen. Die sieht man jetzt auch hier vorne ist ja dieses Funktionieren, aber das sind eigentlich die Werkzeuge, mit denen wir diese ganzen Drucke jetzt machen. Und dabei die Grundidee eigentlich eine Arbeit zu kreieren, die einerseits eine künstlerische Arbeit, ein Bild vermittelt, auch eine Art von Textstatement mit sich trägt, aber auch im gleichen Moment ein Werkzeug ist, ein Werkzeug für Reproduktion. Und so war es dann auch gedacht, also sprich, die hängen erstmal im Ausstellungskontext als Bilder, dürfen aber wirklich als Druckblock benutzt werden und das kriegt man auch wirklich mit Zertifikat. Die erste Arbeit hatte ich zu einem Anlass für eine Sammlung in Neapel gemacht, die 2005 dort ausgestellt worden ist, Ende 2005 und bis heute eigentlich auch benutzt wird. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich das richtig verstehe, der Sammler oder die Institution hat den Druckblock gekauft und damit dann die Erlaubnis bzw. die Auflage bekommen, von diesem Block Drucke anzufertigen. Es ist eigentlich eine Arbeit, die sich selbst in einer unendlichen Weise vervielfältigen kann. Das war so die Grundidee davon, dass es nicht nur eins bleibt und eine Art von Unikat ist, in dem Sinne, dass keiner es mehr anfassen kann, sondern dass es wirklich auch benutzt werden kann und diese Message sozusagen, dass hier eigentlich gespiegelt auf der Platte ist, dann wirklich leserlich in die Welt gestreut werden könnte. Natürlich ist diese Art der Reproduktion, und das ist auch hier sehr wichtig, eine sehr langsame Art und vielleicht auch in der heutigen Zeit eine absurde Art von Vervielfältigung, weil man mittlerweile natürlich Techniken hat, die viel, viel schneller und effektiver sind für Verbreitung. Ja, da will ich gleich noch näher drauf eingehen, also was die Materialwahl und die Technik angeht, aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann hast du angefangen mit diesen Holzdruckblöcken eigentlich auf eine Art und Weise, die viel näher dran sind oder verwandter sind an deinen Demonstrationsrucksäcken, indem sie beides eigentlich, wie soll ich sagen, hochgesprochen, emanzipatorische Objekte sind. Das sind Objekte, die den Benutzer, den Sammler, den Besitzer, den Betrachter dieser Objekte nicht nur symbolisch, sondern ganz praktisch dazu anregen, mit diesen Objekten emanzipatorisch in die Welt zu gehen und die Botschaften, eigene Botschaften oder die Botschaften, die dem Material inne sind, nach außen zu tragen. Das ist ja hier ein bisschen anders, weil das sozusagen ja viel stärker als ein Demonstrationsraum aufgebaut ist. Also das ist praktisch das offene Atelier oder die offene Werkstatt, wo du mit Assistenten und Assistentinnen diese Drucke anfertigst, aber die sind limitiert und in dem Sinne sind die Druckblöcke ja als Objekt nicht weitergegeben an jemanden, wo man sagt, mach dir deinen eigenen Druck, sondern sie funktionieren eigentlich viel klassischer als, ich sag mal, als künstlerisches Objekt, dass sie dafür sind, da sind eine limitierte Auflage von wertvollen oder jedenfalls von dir autorisierten, inspizierten und hergestellten Grafiken zu produzieren. Siehst du da einen Wandel in deiner Auffassung, wie diese Holzstöcke benutzt werden oder ist das einfach, dass beide Möglichkeiten dem Material inne liegen? Na, das ist eine Art von, also eine Entscheidung auch der Präsentation. Die Sache ist ja die, dass jetzt man die Druckblöcke nicht mehr benutzen darf, nachdem hier Drucke sind. Was ich hier eigentlich kreieren wollte, eine Art von Situation, die eigentlich im Verborgenen stattfindet. Also dieser ganze Prozess eigentlich bis zu diesem Endprodukt für viele Leute, die dann später in Galerien oder in Ausstellungen zu sehen sind, den hier zu zeigen. Also das ist ja auch so gegeben, im Endeffekt sitze ich dort und fälle wirklich die Entscheidung, welche Statements denn wirklich auch dann geschnitzt werden in diese Platten, dann fällen wir die Entscheidung der Größe auch und der Reihenfolge und dann wiederum wird hier wirklich gedruckt und die Entscheidung auch, dass es hier eine Auflage gibt, ist auch ein bisschen praktischer, weil im Endeffekt soll es ja auch in neue Druckplatten übergehen. Also es soll eine Art von, ja, eine Zirkulation sein. Also ich wollte jetzt nicht hier eine Druckplatte und dann unendlich viele Drucke davon machen, sondern hier eigentlich auch eine Art von Showroom der Entstehung des Prozesses einer Arbeit zeigen, die wiederum für mich sehr wichtig ist, also deswegen auch vielleicht bei den Backpacks oder auch bei vielen anderen Arbeiten, dass diese eigentliche Aktion, die oft dann irgendwie verwendet wird in Publikationen oder auch von Museen sozusagen ausgestellt wird, dass da wirklich was passiert ist mit diesen Arbeiten, dass die eigentlich sekundär ist und dann der Prozess eigentlich sehr wichtig ist. Der Prozess in dem Sinne auch hier, weil Prozess bedeutet auch Zeit und Zeit bedeutet Reflexion und darum geht es mir, zumindest hier bei der Arbeit. Es geht um eine andere Art von Wahrnehmung für bestimmte Sachen, die man so vielleicht in den sozialen Medien relativ schnell wahrnimmt, erfasst, einordnet und sich dadurch vielleicht auch eine Meinung bildet und hier sind es vielleicht auch so politisierte Sprüche, teils philosophisch auch hingehend. Jedoch ist diese Verlangsamung, dieser Prozess, diese Idee des Reproduzierens, aber auf so einer extrem verlangsamten, auf Handwerk basierenden, veralteten Technik spielt dort auch eine Rolle, glaube ich, in der Wahrnehmung. Schön, dass du das ansprichst. Kannst du ein paar Worte zu den Sprüchen selber sagen oder zu den Slogans? Also du hast ja oft in deinen Arbeiten sozusagen Botschaften, die zirkulieren, sowohl durch die Medien als auch im öffentlichen Raum von Graffiti bis anderen Formen der Nachrichteninformationen angeeignet, umgewandelt, sozusagen teils unverändert wiedergeben, teils sehr spezifisch redaktionell verkürzt, also die Zahlen, Aquarelle kann man ja als eine extreme oder radikale Verkürzung eines Informationssegmentes begreifen, wo eben ein Bericht auf die, wie soll ich sagen, auf die absolut minimalste Einheit der Information, nämlich die Anzahl der Todesopfer reduziert worden ist und somit in dieser Zahl konzentriert oder abstrahiert worden ist, aber vielleicht sagst du ein paar Worte zu den Sprüchen selber oder zu den Sätzen, zu den, ich weiß nicht, Aphorismen oder wie auch immer man sie nennen soll. Es sind, ja es sind Wörter, Aussagen, die ich eigentlich täglich auch über soziale Medien inhaliere, die bestimmte Richtungen, auch politische Richtungen irgendwie vorgeben und die Entscheidung genau diese Statements hier abzudrucken, hat eigentlich viel damit zu tun, dass sie für mich persönlich sehr zwiespältig sind, also so sehr auf eine eine Art und Weise vom ersten Gefühl her eine ablehnende vielleicht oder eine sehr stark positionierende Meinung meiner selbst dagegen habe und bei längerer Überlegung ich mich oft auch etappe, dass genau diese Sprüche, die ich so ablehnen würde, sagen wir mal aus meiner humanistischen und menschlichen Sicht her, dass ich da doch sozusagen auch selber eine Schwäche habe und in meinem Anspruch an mich selber oft auch scheitere, rein psychologisch und dann doch was Wahres auch in meinem eigenen Handeln sehe. Also ein Beispiel wäre vielleicht, was weiß ich, Empathy is Naive zum Beispiel, was zuerst mal komplett gegen meine Auffassung widerspräche, doch es schon auch Momente gibt, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, dass genau das der Fall ist und genau diese Zerbrechlichkeit eigentlich in der Position, die man ja eigentlich finden möchte im Leben auch, der Position einmal politischer Art und Weise, aber auch als Mensch innerhalb, also auch als Rolle innerhalb der Gesellschaft, dass diese Fragilität sozusagen bei der Entscheidung hier eine Rolle gespielt hat. Das heißt, verstehst du diese Sprüche als, wie soll ich sagen, wertend in einer gewissen Form als negativ oder als Realpolitik oder als sozusagen Security is Fantasy, Ambition is Essential. Das hat ja so ein bisschen, also A, dass es alles auf Englisch ist, auch hier in einem deutschsprachigen Kontext, B, dass es solche ja sehr apodiktischen Setzungen sind, die irgendwie in sich eine gewisse, wie soll ich sagen, brutale Autorität mit sich implizieren. Also so ist die Welt irgendwie, glaub bloß nicht, dass du sicher bist, dass du allein mit Empathie durchkommst, dass du sozusagen die Ambitionen außen vor lassen kannst und so weiter. Das hat ja eigentlich auf eine gewisse Art und Weise Anklänge an, ich sag mal so, die klassischen Johnny-Holzer-Troismen ohne den moralischen Kern. Und also insofern siehst du die als Warnung, siehst du die als einen zynischen Spruch, siehst du die als etwas, wo man sich mit auseinandersetzen muss, auch wenn es eine eigene Unbehagsamkeit oder eine Unsicherheit oder eine Abwehr dagegen gibt, zu sagen, ja, so ist die Welt und wenn ich das nicht akzeptiere, dann sozusagen stelle ich mich den Realitäten der Welt nicht oder ist es für dich viel abstrakter oder poetischer gedacht? Das sind Sätze, die du gefunden hast in der Welt, die auf eine gewisse Art und Weise einen Bedeutungshof um sich herum kreieren und die du einfach sagst, mich interessiert es einfach nur, diese Sätze zu verdoppeln und nochmal wieder freigestellt ins Bild zu bringen. Ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo so Polemik eine ganz große Rolle spielt und auch eine Funktion hat oder die auch gut funktioniert mit den neuen Medien, die wir jetzt irgendwie zur Verfügung haben und die vielleicht auch in Anlehnung zu dem Raum hier, was es früher auch, war ja früher eine Zeitungsdruckerei, die ja auch Informationen in die Stadt reingetragen hat, die ja auch Meinungen bilden sollte im Endeffekt. dass wir gerade in einer Zeit sind, wo sich viele Sachen verschieben und wir uns aber bewusst werden müssen, dass wir vielleicht differenzierter denken müssen, in welche Richtung auch immer. Es ist nicht eine Positionierung von, ich weiß, wo es lang geht und ich weiß, dass derjenige schlecht ist und das richtig ist. Ich glaube, das maße ich mir nicht unbedingt an. Was ich aber als Künstler sozusagen zeigen möchte oder versuche zu zeigen, ist eine Art von Wahrnehmung zu erlangen, die weggeht von dem, was automatisiert wird gerade. Das ist ja auch eine Sache, die mich selber stark betrifft und das ist wie ein Ankämpfen dagegen hier. Das ist auch so ein Ankämpfen für mich auch, dass ich mich sozusagen auch als konzeptioneller Künstler hier zwinge, ein Handwerk zu machen und dort irgendwie zu schnitzen und mir Zeit zu nehmen, anstatt vielleicht irgendwie das über einen Pfeil an eine Druckerei zu schicken und tausend Abzüge bis nächste Woche zu bestellen. Es ist eine Art, oder auch wenn wir über die Nummern oben sprechen, ist es glaube ich, diese Nummern sind einerseits, wie du sagst, eine Verkürzung von Information, aber auf der anderen Seite eine viel extremere Art der Auseinandersetzung, weil sie das nimmt, was uns am meisten sozusagen fehlt zur Zeit und damit meine ich Zeit im Endeffekt, dass ich sozusagen auch bei diesen Nummern, obwohl sie in der Information verkürzt sind, in ihrem Kern aber wiedergegeben so viel Zeit auch in Anspruch nehmen von meiner Lebenszeit, um sie zu reproduzieren, weil das sind ja auch Nachrichten, die es alle mal gab, dass es für mich eine Wichtigkeit, einen Grund gibt, das zu machen. Und dieser Grund ist halt wirklich auch, wie gesagt, gegen Funktionsmechanismen, die wir irgendwie auch uns sozusagen, ja, oder uns angeeignet wurden, dem zu entfliehen. Also wie lesen wir soziale Medien, wie lesen wir Zeitungen, wie lesen wir Kunst auch. Es ist auch eine Sache, die für viele auch sperrig ist, oft auch in meinen Arbeiten, wo ich aber auch sage, dass diese Sperrigkeit eigentlich auch eine Herausforderung ist. Also eine Sperrigkeit in dem Sinne, dass vielleicht oft nicht das sofort erfassbar ist, was man sieht. Hier geht es halt nämlich nicht nur um diesen Abdruck, sondern hier muss man mehr Zeit verbringen, um ein gewisses Gefühl vielleicht auch zu erlangen, was das eigentlich mehr ist, als der alleinige, das inhaltliche Abdruck davon. Hier geht es auch nicht um nur einen Meeresblick, sondern es geht ein bisschen darüber hinaus und das meine ich mit Sperrig und vielleicht auch fordernd im Endeffekt von den Besuchern. Ich bin auch immer, also ich bin der Meinung, also ich versuche es mir als Künstler nicht so einfach zu machen, aber umso weniger versuche ich es dann auch dem Betrachter so einfach zu machen. Ja, es ist auch schön, dass du vorher angesprochen hast, wie sich das wieder einträgt in die Räume, in der früher der Tagesspiegel gedruckt wurde, also wo sozusagen die Nachrichten und auch das Druckverfahren eigentlich sozusagen im Gedächtnis der Mauern vorhanden ist. Und das, als du mich eingeladen hast, habe ich, das war bevor ich die Ausstellung im Original habe, sehen können und du hast irgendwie diesen kleinen Film geschickt und das war ganz interessant für mich, weil meine erste, wie soll ich sagen, meine erste assoziative Wanderung irgendwie wie ich das für mich lese und kontextuell irgendwie in Beziehung bringe und welche möglichen Fragen oder Themen in unserem Gespräch entstehen könnten, in eine komplett andere Richtung gegangen bin. Also das ist so, vielleicht hat das etwas mit dem Jubiläum zu tun, aber ich bin sofort irgendwie auf eine merkwürdige Seitenforschung zu Martin Luther und den 95 Thesen gelandet und habe irgendwie mich total verfahren in genau der Fragestellung, wann eigentlich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts vom Blockholzdruck der religiösen und, ich sag mal, glaubensbezogenen Inkunabeln, wo oft der Text per Hand noch mit eingeschrieben wurde, hin zu beweglichen Typen und zum Bleisatz und zu Gutenberg und damit hingehend natürlich zu Luther, der über seine Bibel als der erstejenige war, der sozusagen den Bleisatz in einen Bestseller verwandelt hat, ein Moment in der technologischen, sprachlichen und öffentlichen Protestverschränkung eingetreten ist, die nicht nur unmittelbar mit unserem Begriff von Neuzeit zu tun haben, sondern auch mit unserem Begriff dessen, was deutsches Nationalbewusstsein zu tun hat und das sozusagen wieder mit einer Verschränkung zu tun hat, dass der Holzschnitt im 20. Jahrhundert ein in Anführungsstrichen deutsches Medium ist, auch wenn das historisch überhaupt nicht war, aber sozusagen habe ich mir angefangen zu sagen, was bedeutet das eigentlich, als über den Holzschnitt sozusagen öffentlich Protestthesen wieder in die Welt zu setzen im 500. Jubiläums Lutherjahr. Und da war ich heute im Studio und habe dir diese These vorgestellt und du hast mich nur angeguckt und gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Insofern stelle ich das lieber als, wie soll ich sagen, als Seitenweg in den Raum, statt dich irgendwie darauf anzusprechen, was es hier mit Luther auf sich hat. Mit Luther hat es wenig Aufsicht, aber es hat schon vielleicht auch so eine Parallele, weil wir hier auch in einem Moment sind, wo sich auch wieder Sachen verändern, eine Art von Informationsfliss anders funktioniert. Also das mit Luther war ja auch vom, wie er nennt es, Block zum Blei. Interessant war, also in dem Kontext ist, dass ich, ich habe 1995 angefangen, Kunst zu studieren an der Hochschule in Offenbach. Und das war genau der Moment, als die ersten Rechner ankamen und der Bleisatz noch in einem anderen Zimmer war. Und man einerseits den Bleisatz noch gemacht hat und dann in einem anderen Zimmer schon angefangen hat, den Rechner irgendwie, wie man den anmacht überhaupt und dass man darauf schreiben kann und so Sachen. Und mit Internet war das so der ganze Anfang. Und das ist schon interessant auch, dass diese Transformation auch von Massenvermittlung sich auch gerade, glaube ich, jetzt in einer Art und Weise ändert, mit dem wir auch wiederum ganz neu umzugehen lernen müssen. Ich genauso wie alle anderen. Aber es ist schon rein geschichtlich sehr interessant, glaube ich, was gerade abgeht. Ja, deswegen ist ja auch so, ich musste auch immer darüber nachdenken, dass ja eigentlich der Holzschnitt ein denkbar ungeeignetes Medium ist. A, sozusagen Nachrichten, selbst in der klassischen Druckgrafik, schnell oder massiv zu vervielfältigen, weil es irgendwie... Das ist absurd eigentlich. Das ist absurd, das ist total absurd. Es ist auch ein extrem schlechtes Medium, um Text darzustellen, weil du eigentlich sozusagen, du musst in der Größe Text schnitzen, um überhaupt irgendwie, dass dir die Gräte nicht brechen und dass der Text nicht unleserlich wird. Also das ist ja sozusagen historisch betrachtet genau der Moment, wo der Holzschnitt sozusagen historisch oder überflüssig wird, in dem Moment, wo klar wird, ich muss nicht mehr das Bild drucken und den Text per Hand reinschreiben, sondern durch den Bleisatz können wir nicht nur den Text schneller variabel machen, sondern auch sozusagen verlässlich, vernässlich, materiell sozusagen so darstellen, dass im Druckprozess die Buchstaben einem nicht wegbrechen und da sozusagen auf die langsamste, absurdeste, auch materiell eigentlich kontraproduktivste Druckmethode wieder zurückzugreifen, um eben all diese Formen der Verlangsamung, der Verzögerung, des materiellen Widerstandes im Material, dem Ganzen entgegenzusetzen, ist eigentlich hochinteressant. Die Frage für mich ist dann eben immer noch genau, sozusagen zu welchen Zwecken, was bewirkst du mit den Sätzen, was bewirkst du mit den Drucken, was bewirkst du mit den Blöcken und inwieweit funktioniert das anders oder ist das von dir anders gedacht oder gleich gedacht, als du das mit deinen anderen Arbeiten versuchst? Ja, weil es wirklich nicht um die Texte an sich nur geht. Es geht, also einerseits ist es total absurd, du hast recht, andererseits macht es auch total Sinn in dem Sinne, dass man hier eine Art von Raumsituation schaffen kann, wo die Leute halt nicht einfach nur es lesen, verstehen und weggehen sollen oder können. Sondern, und das ist schon interessant auch an der Ausstellung, wie unglaublich kontemplativ oder so ein Sog auch das bekommt, dass die Leute wirklich, und das habe ich ja mitbekommen, weil ich auch vor Ort war, was ja auch nicht immer der Fall ist, wenn man Ausstellungen macht, ist es oft so, dass man zur Eröffnung da ist, zum Aufbau, zur Eröffnung und dann lange Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr und man eigentlich nicht viel mitbekommt. Und hier war das unglaublich interessant zu sehen, wie viel Zeit sich die Leute eigentlich nehmen, wenn sie denn die Zeit sich nehmen möchten. Und wenn sie es dann getan haben, dass das fast so eine meditative Erkenntnis für sie war, was Zeit anbetrifft, auch fast in eine Art von Zeitlupe einzutauchen, in eine Real-Life-Zeitlupe. Und das ist genau das, was ich ja auch bezwecke, eine Art von Verschiebung von Wahrnehmung. Etwas nicht, sagen wir mal, so wahrzunehmen, wie man es sonst aus anderen Medien kennt. Und das ist das Ziel. So etwas kann man auch auf einer Messe zeigen, aber es ist etwas, wo man nicht innerhalb von zwei Sekunden das checkt und irgendwie geht, sondern es ist halt dann doch mehr, weil es was mit jedem Einzelnen zu tun hat und das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie jemand zu Sachen steht. Ob es jetzt inhaltlich diese philosophisch-politischen Sprüche anbetrifft oder auch die Art und Weise, wie überhaupt gelesen wird. Und das ist etwas, was für mich sehr gut funktioniert hat. Und das, was ich auch wollte, dieses Ganze, was wirklich eigentlich im Versteckten als Display sozusagen, als Ausstellung zu zeigen. Und das beinhaltet natürlich einmal, ich habe zwar gesagt, es beinhaltet die Entscheidung, also die Entstehung von den Sprüchen, die Werkzeuge, der Druck, aber auch der Verkauf, der Moment des nach außen Wiedergehens von diesem geschlossenen, geschützten Kokon. Und das beinhaltet ja hier alles. Und dieses ganze System sozusagen als eine Installation aufzubrechen, gar nicht zu reduzieren, sondern aufzubrechen, das war ein gutes Experiment für mich. Also das heißt, ist das Prinzip bei diesen Arbeiten anders als bei den vorherigen Holzblöcken oder ist praktisch jemand, der diese Arbeit kauft, hat dann auch eigentlich wieder aufgefordert oder angehalten oder jedenfalls wird erlaubt, davon weitere Drucke anzufertigen oder ist die Entscheidung, eine gewisse Anzahl von Drucken von diesen Holzstöcken anzufertigen, eine Abweichung davon? Es ist, glaube ich, eine andere Art der Präsentation, weil im Endeffekt ja auch der Verkauf von den Blöcken hier stattfindet oder auch von den Drucken, die jetzt hier in der Edition stattfinden. Aber im Endeffekt ist es wieder auch eine Art von Möglichkeit oder auch eine Entscheidungsübergabe. Also sprich, wenn wirklich jemand diese Arbeiten kauft, dann ist es im Endeffekt dann trotzdem seine Entscheidung, ob er die, wie hier auch, als Druckblöcke benutzt oder nicht. Oft wird es dann sein, natürlich, nein, das ist irgendwie ein Kunstwerk oder hat einen gewissen Wert, vielleicht wird es ja irgendwann mal auch mehr wert sein. Andere würden sagen, damit mache ich so viele Abdrücke wie möglich und verschenke sie überall. Aber die Möglichkeiten sind wirklich total individuell. Und ich glaube, dieses Individuelle macht es dann auch irgendwie aus, weil es nicht eine fertige Sache ist, die ich einfach nur abgebe, sondern es ist wirklich auch etwas, was so eine Art Benutzung auch beansprucht, zumindest eine Entscheidung der Benutzung. Begreifst du die Arbeiten als Schrift oder als Bild? Also ich glaube, dieses Verhältnis zwischen Schrift und Bild spielt ja in so vielen deiner Arbeiten eine ganz zentrale Rolle. Vielleicht kannst du ein bisschen etwas zu dieser Spannung oder zu dem Verhältnis zwischen beiden erzählen. Ja, es ist nie nur Schrift, es ist immer auch Aktion, es ist auch immer eine Art von Idee, wie ich im Leben stehe und wie ich auch auf andere reagiere. Das sieht man zum Beispiel oben, wenn man die Videoarbeit sieht von der Aktion, die ich im Hamburger Bahnhof gemacht habe. Es ist nicht nur Schrift, was ich dort an die Wand bringe, sondern es ist Schrift, was jemand irgendwann mal, vielleicht nachts, vorher eine Entscheidung getroffen hatte, illegal aktiv zu werden und die Fassaden einer Stadt als seine Plattform für seine Ideen und Ideologien zu benutzen. Und genau das ist es. Es ist nicht nur, dass ich die jetzt übernehme, sondern es hat ganz stark mit diesen Entscheidungen des Aktivwerdens zu tun und wie man sich auch positioniert innerhalb der Gesellschaft und welche Richtung man auch anschlägt. Und deswegen ist diese Aktion, auch diese Performance, die ich dort gemacht habe, die über zwei Wochen ging, eine extrem emotionale gewesen. Es ist zwar alles drinnen von extremen Unsinn zu sexistischen Sachen, zu religiösen, zu poetischen, zu romantischen. Alles, was eigentlich die Gesellschaft ausmacht, ist alles eigentlich auf diesen Fassaden der Städte zu sehen. Aber in dem Moment, als ich sozusagen als Widersprüher, Widerschreiber genau diese Sprüche wieder an die Wand geschrieben habe, war das für mich sehr emotional, war das für mich auch immer eine persönliche Geschichte, also einen Grund gegeben hat für diese Person, das als Versuch, öffentlich zu machen, an die Wand zu sprechen. Das heißt, du hast während des Widersprühens, ein schöner Begriff, während der sozusagen Verdoppelung dieser Graffiti, dieser Sprüche im öffentlichen Raum, hast du bei dir selbst das Gefühl gehabt oder bemerkt, dass du durch eine ähnliche, wie soll ich sagen, emotionale Tiefe gegangen bist? Das heißt, irgendwie hast du Wut gespürt, wenn du einen wütenden Spruch aufschreibst oder Liebe gespürt, wenn du einen romantischen aufschreibst oder hast du das Gefühl, dass in dem Moment, wo du sie aufschreibst, diese Emotionen von der Schrift an den Betrachter vermittelt werden? Denn das Wichtige ist ja, dass eigentlich, je mehr du diese Sprüche überlagerst eigentlich, desto unlesbarer werden sie, bis sie am Ende einfach im monochromen, roten Rechteck sozusagen komplett ins monochrome Bild verschwinden. Das Gefühl war eher oder ist eher ein Eintauchen in eine Intimität von jemandem. Also gar nicht, weil du sprühst sozusagen etwas, was dieser Person in dem Moment extrem wichtig war oder vielleicht auch nicht. Aber sehr oft sind sie wirklich auch inhaltlich aufgeladen, selbst wenn man jetzt der Hund irgendwie schreibt, ist das irgendwie erstmal lustig, aber es hat natürlich auch einen Hintergrund, eine Geschichte, wer ist dieser Hund und was regt diese oder was hat diese Person so aufgeregt, dass sie so über jemanden irgendwie da so rausschreit, wo es vielleicht sonst keine Möglichkeit hat. Es hat sonst keine Plattform vielleicht sowas irgendwie preiszugeben von sich und dieses Eintauchen in die jeweiligen Intimitätssphären, das fand ich sehr emotional. Das ist für dich wichtig, dass das sozusagen fühlbar bleibt, jedenfalls für dich oder dass ich das vermittle. Ich habe dich viel abstrakter verstanden einfach als ein... Es ist für mich, es ist einfach passiert. Es ist einfach das, was halt auch in Prozessen stattfindet, wenn man Arbeiten macht. Also es ist es ist ja nie und das haben wir ja auch hier nie unbedingt das Endprodukt. Also wenn ich das Bild male, ist es nicht das Bild. Man sieht zwar das Bild, aber wie viele Bilder hat man gemalt, wie viele Bilder hat man wieder zerstört, wie viele hat man zerkratzt, wie viele hat man verbrannt, bis man am Ende vielleicht dieses eine Bild entlässt. Und das ist natürlich für mich persönlich wichtig. Das sieht man bei dieser Arbeit jetzt nicht unbedingt sofort. Da geht es eher um eine andere Sache vielleicht für die Betrachter, aber das geht einher sozusagen. Wenn du eine Arbeit als Künstler machst, ist nie nur das, was am Ende sozusagen zu sehen ist, der Zustand des Bildes, sondern der Zustand hat eigentlich eine Geschichte. so ähnlich wie die Fotos oben auch, also diese großformatigen Meeresblicke, die einerseits wunderschön sind und vielleicht hat man auch darüber gesprochen, was der Inhalt ist, dass die eigentlich nur Ausschnitte sind sozusagen von größer angelegten Fotografien, wo die Flüchtlingsboote, wo Menschen wirklich um ihr Leben kämpfen, eigentlich einfach nur rausgeschnitten worden sind und fokussiert worden ist auf dieses schöne Naturschauspiel. Und das bedeutet natürlich nicht, dass es bei diesem schönen Naturschauspiel geblieben ist bei mir, sondern dass, wie ich vorher auch schon erwähnt habe, man sich durch so viele Tragödien und so viele anderen schlimmen extremen Ereignisse und Fotografien durchwühlen müsste, um am Ende wirklich diese Entscheidung zu treffen, dass man diese Art von Bild sozusagen so zeigen möchte und nicht anders. Aber glaubst du, dass die, wie soll ich sagen, die Originalfunktion des Bildes in deinem Ausschnitt noch als Resonanz vorhanden ist oder geht es eigentlich darum, sozusagen das Bild als Flucht, das Bild als Ausflucht, das Bild als, ja wie soll ich sagen, als Möglichkeit einer anderen Lesbarkeit, einer positiven oder einer erhabenen oder einer romantischen oder einer pastoralen oder einer, wie soll ich das sagen, oder einer verzweifelten Leseart. Vielleicht geht es mehr in diese Richtung. Also eine Art von Verzweiflung auch mit so etwas auf einer medialen Ebene gar nicht mehr zurecht zu kommen. Also wie kann man überhaupt noch eine Emotionalität aufbauen auf solche tragischen Ereignisse, selbst wenn man sie hundertfach, tausendfach irgendwie in den Magazinen irgendwie blättert. Wie, was passiert eigentlich mit einem? Und ich glaube, das ist etwas, also das ist genau das, was es halt nicht mehr tut, also sprich dem Original, dass es vor dieser Küste dieses Flüchtlingsboot vielleicht gab und der Pressefotograf dieses Foto geschossen hat, um darüber Zeugnis abzulegen. Das ist es genau nicht mehr. Es geht nämlich genau um eine Art von verzweifelten Versuch, sowas noch emotional sozusagen greifen zu können, ohne unbedingt das zu sehen, was es ist. Weil oft ist das, was man nicht sieht, ja das viel erschreckendere. Das, was man sieht, ist oft sehr schnell und da gibt es Funktionsweisen, rein psychologische, die kann man gut irgendwie abtun. Aber das, was man nicht sieht und was man sozusagen erahnt und erhofft oder weiß im Hintergrund, ist das, was einen vielleicht emotional dann doch bindet und immer noch zulässt, Sachen zu hinterfragen, inwieweit man ja auch an ja an der eigenen, an den eigenen Anspruch, die Welt so zu sehen, wie man sie sehen möchte, ja scheitert. Das heißt, hast du den Glauben verloren an die Kraft oder an die Aufgabe dessen, was im klassischen Sinne eben sozusagen die Reportage der Journalismus, die Fotoreportage, die Dokumentation als Anspruch an sich selbst gehabt hat. Also das ja eben, da hat es ja auch eine Entwicklung gegeben. Also weißt du, irgendwie die ersten Kriege, die wirklich im Abendprogramm in den Nachrichten weit verbreitet für jedermann sichtbar war, Vietnam, haben eben natürlich auch dazu, diese Dokumentation, die Berichterstattung, die Brutalität der Bilder haben ja auch zu einem Undenken und zu einem gesellschaftlichen Wandel im Verhalten dem Krieg gegenüber geführt, während in den letzten 10, 15 Jahren ja eigentlich die Brutalität dieser Bilder oder die Brutalität der Ereignisse, die in diesen Bildern wahrgegeben werden, die Möglichkeit, die Kraft, die Verbreitung der Bilder eigentlich massiv übersteigen. Also das ist ja vielleicht dann das Gegenmodell von einer Herangehensweise wie zum Beispiel Thomas Hirschhorn, wo wir drüber gesprochen haben, der eigentlich gesagt hat, die einzige Art und Weise mit diesen Bildern umzugehen, ist sie noch zu intensivieren, zu verdoppelten, zu vervielfältigen, zu übersteigern, so dass sie eigentlich einen Grad der Unerträglichkeit als Bilder erhalten, die dem Grad der Unerträglichkeit des dargestellten Ereignisses wenigstens schwach nahe kommen können. Währenddessen du sagst, die Unerträglichkeit des Ereignisses ist so, dass man dem eigentlich überhaupt kein Bild gegenüberstellen kann. Das heißt, die Möglichkeit, die ich habe, ist eigentlich, dass all das, was an behaupteter Information im Bild drinsteckt, was mich über die, wie soll ich sagen, die Verzweiflung dieser Menschen, die Verzweiflung der Ereignisse, die Verzweiflung des Krieges, die Verzweiflung der Nachrichten zu informieren, rausgenommen werden muss, um überhaupt wieder an einem Bild anzukommen, das man sich als Bild betrachten kann. Klar, das hat sich verändert, in dem Sinne aber nicht unbedingt, dass sich die Art und Weise der Fotos oder der Berichterstatter sozusagen geändert hat, sondern eher der Auswahl im Nachhinein und auch des Zulassens von Pressefotografen zu bestimmten Gegebenheiten. Also was, es wird unglaublich gelenkt und das, was wir zu sehen bekommen, ist natürlich auch etwas, was extrem gefiltert ist und auch einen gewissen Zweck hat. Also muss man sich auch nichts vormachen. Ich glaube, da muss man sich auch recht sensibilisieren, dafür, dass das nicht unbedingt viel mit Realität zu tun hat. Andererseits sind das die einzigen Dokumente, die wir irgendwie mitbekommen und wir die auch mitbekommen müssen, damit wir mehr oder weniger Bescheid wissen von neutralen Quellen, was da eigentlich stattfindet, um eine kollektive Meinung irgendwie bilden zu können oder eine individuelle erst mal, aber auch dann im Kollektiv zu sagen, da müssen wir was tun und zwar auch als Land und da müssen unsere Politiker was tun jetzt, weil das nicht irgendwie anders geht. Wenn ich die Zahlen lese als eine Antwort auf oder eine Durcharbeitung von einer letztlich textuellen Meldung irgendwie, da ist ein Bericht in der Zeitung, wo steht irgendwie, am 15. September 2015 sind bei einem Autounfall, Terroranschlag, Unwetter oder, oder, oder so und so viele Menschen ums Leben gekommen auf dieser Stadt, wo du sagst, okay, das ist praktisch eine Beschreibung eines dramatischen Ereignisses, was zu Todesabfällen geführt hat, manchmal eins, manchmal 107, manchmal 23. Aber das ist eine andere Form der Mitteilung als das Pressefoto, was sozusagen drastisch und unmittelbar eindrucksvoll ein Event, ein Ereignis, einen Moment in einer längeren Leidensphase darstellt. Das ist eine ganz andere Form der Mitteilung, die der Graffiti im öffentlichen Raum irgendwie, der Spruch an der Schulwand oder unter der Autobahnbrücke darstellt, ist eine andere Form der Mitteilung, die du über sozusagen den endlosen Feed von sozialen Medien irgendwie tagtäglich aufs Telefon oder auf den Rechner oder auf andere Bildschirme gespült bekommst, die irgendwie ironisch, persönlich, flippig, kommerziell und so weiter und so weiter sind, hast du das Gefühl, dass du überhaupt versuchst, auf die, wie soll ich sagen, Unterschiedlichkeit all dieser Kanäle und der Besonderheit der Form der Informationsmitteilung, die durch diese unterschiedlichen Kanäle irgendwie täglich auf, sozusagen, vor dich hingestellt werden, mit anderen Formen reagieren zu müssen oder reagierst du letztlich auf Dinge, die dich einfach sozusagen persönlich berühren, also hast du das Gefühl, dass du sagst, das ist ein anderer Kanal, da muss ich mit anderen Strategien drauf reagieren oder verschwimmt das alles und bekommt, wird sozusagen eine große Realität des Nachrichtenstroms, der dich sozusagen visuell, textuell, informationell überfordert oder mit dem man als Individuum umgehen muss. Naja, dieses Analysieren spielt schon eine große Rolle und natürlich hat das was mit einem persönlichen, auch einer persönlichen Art und Weise, wie man Sachen aufnimmt und auch weiter irgendwie verwertet, rein persönlich zu tun. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt unbedingt jetzt auf spezifische Sachen, was jetzt die Bilder mit diesen Texten, im Endeffekt, glaube ich, hat das viel miteinander zu tun und ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, die, glaube ich, auch so eine Art Schutzmechanismus geworden ist. Also was so eine Art Phänomen auch natürlich auch ist, ist, dass man viele Sachen gar nicht mehr wahrnimmt, obwohl sie da sind und andere umso mehr, obwohl sie vielleicht viel weniger jetzt präsent sind und es hat viel was damit zu tun gehabt, also zu tun, glaube ich, dass man ja für sich so eine Art Mechanismus herausfindet, aus diesen Massen dann für sich eine Realität, die, die man vielleicht auch sehen möchte, daraus rauszufiltern und die dann vielleicht auch zu vergrößern und der eine größere Gewichtung zu geben, als sie vielleicht haben sollte oder hat. Für mich ist das aber, glaube ich, eher generell eine Art von Flucht nach vorne mit so einer Hilflosigkeit, die ich auch selber habe, damit umzugehen. Also sprich, dann zu sagen, dann nehme ich mir das Foto und vergrößere das jetzt und ich schneide jetzt genau das, worum es eigentlich geht, womit man mich eigentlich sozusagen zu dem Gedanken bringen will, raus und schaue, was passiert damit. Ich nehme sie aus den sozialen Medien, was da über Algorithmen oder wie auch immer über Facebook an mich herangetragen wird, ganz gezielt auch, weil sie genau wissen, dass ich mit dem befreundet bin, diese Nachrichten und diese Zeitung abonniert habe und mir diese Nachrichten sozusagen zurechtlegen und tue sie dann nochmal in eine Art von Prozess hinein, die mit dieser Schnelllebigkeit und Verstehbarkeit so gar nichts am Hut hat und man Sachen dann nochmal irgendwie neu definieren muss. Und ich glaube, das sind alles so, ja, wirklich ja, sehr nach vorne preschende, aber dann doch auch versuche, die so, sagen wir mal, trotzdem sensibel anzupassen, weil man, ich bin ja mir nicht so sicher mit allem, es ist ja nicht so und das ist glaube ich auch ganz wichtig und das spielt immer ganz viel eine Rolle in meinen Arbeiten, dass ich eigentlich nie diese Rolle habe oder haben möchte auch, dass ich sozusagen sozusagen als Vorzeigemensch sagen kann, so, das ist jetzt die große Kunst oder das ist die Art und Weise, wie man Malerei heute sehen muss oder das ist die Art und Weise, wie Fotografie funktionieren muss oder das ist jetzt das, was jetzt kommt und zwar der Holzschnitt ist die neue Drucktechnik, die jetzt irgendwie das Wahre ist. Und ich glaube, diese ja, diese Unsicherheit, die die ist für mich auch wichtig, weil es auch eine Art von ja, eine Art von Ehrlichkeit hat für mich, was ich in meiner, was für mich in meiner Kunst sehr wichtig ist. Also das war von Anfang an, als ich schon angefangen habe, also als ich nicht angefangen habe zu studieren, aber als ich angefangen habe oder die Entscheidung getroffen habe, wirklich als Künstler zu arbeiten und das war jetzt nicht vor dem Studium oder sondern relativ spät im Studium, des Kunststudiums, dass ich für mich ehrliche Arbeit machen wollte und das beinhaltet auch all die Schwächen, die ich habe und all das Scheitern, was es mit sich bringen kann und das hat so wenig einerseits spielt es mit Statements, aber auf eine Art und Weise, die man auch hinterfragen kann in dem Sinne, was Reproduktion, was Massentauglichkeit und so Sachen angeht. Ich glaube, das ist schon sowas generelles, wo ich versuche, da ja recht straight auch in meinen Arbeiten weiterzukriegen. Hast du das Gefühl, dass da in deinen Arbeiten ein, wie soll ich sagen, ein Wandel oder eine Entwicklung stattgefunden hat? Wenn ich denke an diese, an die frühen Arbeiten, mit denen wir heute angefangen haben, unser Gespräch, also diese Demonstrationsrucksäcke, die du in Taipei vielleicht das erste Mal oder die ich jedenfalls das erste Mal in Taipei gesehen habe, da gab es noch ein, wie soll ich sagen, da ist eine Wut oder eine Offenheit oder ein Bewusstsein in der Arbeit angelegt, dass eine gewisse Empowerment, also dass dort irgendwie so eine eine Aufforderung oder eine Ermunterung zur Teilnahme eingebaut ist, währenddessen die Arbeiten hier einen viel elegischeren Ton haben, also du hast viel irgendwie von Hoffnungslosigkeit oder Verletzbarkeit oder Fragilität gesprochen, dass es da vielleicht weniger darum geht zu sagen, hier geht es um Wut oder hier geht es um Protest oder hier geht es darum, dass meine Stimme gehört wird oder hier geht es darum, dass ich am Prozess einer öffentlichen Meinungsbildung teilhabe, sondern vielmehr darum zu sagen, wie kann ich mich eigentlich noch einer emotionalen Aufrichtigkeit oder einer persönlichen moralischen Haltung oder wenigstens eines Bewusstseins meiner Zeitinvestition, die dem Gegenstand gegenüber angemessen wäre, vergewissern oder oder diese Haltung mir gegenüber als aufrichtig oder von mir selbst als aufrichtig gefühlt behalten, sodass ich nicht das Gefühl habe, dass ich nur sozusagen moralisch, emotional, politisch als Blatt im Strom der Information irgendwie den eigenen Kern verliere. Naja, muss ich darüber nachdenken, aber es ist, glaube ich schon, es gibt natürlich eine Veränderung, das wäre ja schlimm, wenn es nicht auch eine Entwicklung in so Arbeiten geben würde, über die Jahre hinweg, aber gerade die frühen Arbeiten, die ja auch sehr performativ im öffentlichen Raum waren, auch von mir selber ausgeführt und die ganz viel mit diesem Moment des Aktivwerdens, des Aktivistischen zu tun hat, das hat mich sehr interessiert, weil auch ich eigentlich eher aus einem sehr apolitischen Hintergrund komme, ich bin so aufgewachsen, dass man sich eigentlich eher bedeckt halten sollte und so wenig auffallen sollte wie möglich, weil man ja auch nur kurz Gast hier ist und eh auch aus einer eher unteren Schicht kommt, was erlaubst du dir überhaupt, deine Meinung irgendwie lauter zu äußern und so bin ich irgendwie mehr oder weniger aufgewachsen und habe das aber auch irgendwie verinnerlicht, selbst in meiner Jugend habe ich nicht groß rebelliert dagegen, sondern habe das aber eher so beobachtet immer und dann die ersten Arbeiten gingen ganz stark um diese Momente, um diese Entscheidungsträger sozusagen, dass jetzt hier Möglichkeiten schaffen, mache ich das oder mache ich das nicht, das ist ganz oft gewesen und da bin ich natürlich auch recht radikal im öffentlichen Raum unterwegs gewesen, habe dort auch Aktionen gemacht, die teilweise total naiv waren, einfach des Machens willen und ich habe schon auch so das Gefühl, dass ich diese Position, die mir damals, die ich damals nicht hatte, die mir gefehlt hat, auch eine eigene Positionierung, die ich mehr oder weniger für mich langsam finde oder gefunden habe oder die auch in der Veränderung ist, einmal mit meiner Kunst, aber auch mit mir als Person, als Mensch einfach und da sich sozusagen auch eine Verschiebung gerade vielleicht stattfindet, wo es eher gar nicht um das Grobe geht, sondern um die Feinheiten, mehr um eine Art von ja also unterschwellige psychologische Wahrnehmung vielleicht auch, die vielleicht viel mehr viel mehr Gewicht hat, als jetzt das Grobe, was ich damals vielleicht ausdrücken wollte. Da ist ja auch interessant, dass du ganz dezidiert in unserem Vorgespräch von dieser Installation nicht mehr als einer performativen Anordnung gesprochen hast, also das ist eigentlich das, was glaube ich in den früheren Arbeiten deutlich, auch selbst du von dem Wiederschreiben der Graffiti im Galerie, also im Kontext vom Hamburger Bahnhof selbst immer noch als Performance gesprochen hast oder als eine Aktion, währenddessen du von dieser Anordnung eigentlich einer anderen Form von Versuchsanordnung gesprochen hast, dass es darum eigentlich geht, bestimmte sonst im Verborgen liegende Prozesse sichtbar und deutlich zu machen, aber eigentlich nicht als aus dem Idee der Aktion heraus, sondern vielleicht eher aus der Idee eines Schaukastens oder einer Vitrine. Vielleicht hat das damit zu tun, dass im Laufe deiner künstlerischen Entwicklung du dir deiner eigenen Stimme sicherer geworden bist oder das Gefühl hast, dass vielleicht nicht mehr die Position der Sichtbarkeit erkämpft werden muss, sondern jetzt diese Position dafür eingesetzt werden kann, genauer hinzuschauen oder genauer zu sprechen, leiser zu werden. Ich glaube, hier war mir auch wichtig, einerseits eine Art von Bühne zu bilden, aber andererseits, dass diese Bühne keine Bühne bleibt, sondern wirklich eine Art von Arbeitsatmosphäre und auch eine Produktionsstätte wird. Das war mir wichtig. Genauso wie dieser Ort hier ein Ausstellungsraum ist, genauso wie es ein Verkaufsraum ist im gleichen Moment. Und deswegen wollte ich hier nichts so tun, als ob es was anderes ist. Deswegen sehe ich das ein bisschen schwierig mit dem Begriff der Performance, weil wir hier keine Künstler sind, die als Schauspieler sozusagen agieren oder eine bestimmte Art von Choreografie auch tun, sondern was wir tun, ist eigentlich wirklich die Arbeiten zu machen und zu produzieren und im Kontext natürlich innerhalb des Galeriesystems oder Ausstellung kann man natürlich sofort performative Arbeit dazu sagen. Nur sagen wir mal im klassischen Sinne als Performance davon zu sprechen, ist es für mich im Endeffekt nicht, sondern es ist eher so eine Verschiebung, es ist fast wie so ein Ready-Made aus der Druckwerkstatt rauszunehmen aus einem anderen Ort und hierher zu verfrachten und wenn hier die Ausstellung vorbei ist, geht diese Werkstatt oder die gibt es schon überall irgendwo woanders geht diese Arbeit sozusagen auch weiter vielleicht in anderen Formen. Das heißt auch, du hast das Gefühl, dass das Medium und der Vorgang und diese Form des Arbeiten ist für dich noch nicht abgeschlossen. Du hast vor einigen Jahren angefangen deine ersten Holzblöcke zu schneiden und das hat jetzt sozusagen vielleicht zum ersten Mal eine massive öffentliche Präsentation bekommen, aber damit ist diese Form der Arbeit nicht abgeschlossen. Das ist vielleicht einfach eine Frage. Ich glaube, bei mir sind nie Arbeiten abgeschlossen. Und vor allem bauen ja viele Arbeiten auf andere immer auf. Das kann man so gar nicht sagen. Die Arbeit werde ich vielleicht so in der Form vielleicht auch wieder in einem anderen Museum zeigen. Das kann schon passieren, nur plane ich sowas jetzt nicht unbedingt im Vorfeld, dass die so und so lange gehen wird. Ich arbeite so verschieden im Endeffekt, dass ich mich gar nicht einengen lassen möchte über ein bestimmtes Medium. Das habe ich auch nie gemacht, das hat mich auch nie interessiert. Medien interessiert mich in dem Sinne aus einem Grund der Geschichte, was sie erzählen können in dem Moment, der Funktionalität, aber nicht des Mediums willen. Ich bin kein Medien des Medien Künstlers, sondern ich arbeite sehr stark konzeptionell und die nächsten Ausstellungen werden jetzt nicht unbedingt um Holzdrucke gehen, aber es kann natürlich auch wieder kommen. Aber die werden natürlich inhaltlich und das sieht man den Arbeiten auch an, wenn man sie im Ganzen sich anschaut, da ist ein extremer roter Faden dabei, der sich durch alle Arbeiten eigentlich zieht. Und da geht es vor allem um so Sachen der Formen von oder der Verhaltensformen innerhalb Gesellschaft. Und ich glaube, ich gehe da recht ja fast ja also ich will jetzt nicht sagen wissenschaftlich, aber ich gehe da schon auch so habe eine Annäherungsweise wie man eher vielleicht das von Soziologen oder Anthropologen irgendwie hält, dass ich sehr stark beobachte Sachen irgendwie herausziehe und in anderen Kontexten zeige und schaue, was passiert. Und das hat nicht immer zu bedeuten, dass das so und nicht anders ist. Dabei scheitert man auch oft in Ausstellungssituationen, auch in Arbeiten an sich, die man einmal zeigt und dann vielleicht auch nie mehr wieder zeigen wird oder die man vielleicht nach zehn Jahren wieder herausholt und denkt, es hat eine Berechtigung gehabt und dessen bin ich mir jetzt bewusst und deswegen möchte ich darauf jetzt weiter aufbauen. Das heißt, verstehst du die Präsentation hier als eine Arbeit, eine Konstellation, eine Anordnung oder ist das einfach ein sozusagen für den Moment gültiges Arrangement, aber die Arbeiten in Anführungsstrichen sind eigentlich die einzelnen Produkte, also die Holzblöcke und die Drucke davon. Genau das ist es halt nicht. Es geht nicht darum zu definieren, was jetzt die Arbeit ist und ich glaube, das ist genau das, was ich hier nicht machen möchte. Ich wollte nicht eine Definition von der Druck ist die Arbeit, die Druckplatte ist die Arbeit, das sich hinsetzen und das überlegene Konzeption sich ausdenken ist die Arbeit, ein Werkzeug sozusagen rauszuschnitzen ist die Arbeit, sondern die Arbeit ist eigentlich alles und was dann später in dem Markt auftaucht oder wie auch immer, das sind alles Fragmente von der Arbeit, die viel mit dem Prozess von mir des Künstlers innerhalb des Arbeitsprozesses zu tun hat und da zieht man sich immer wieder Sachen raus, aber ich sehe das nicht unbedingt so, dass dies jetzt die künstlerische Arbeit ist und das jetzt nicht. Selbst diese Situation hat natürlich auch den Anlass der Ausstellung und du bist jetzt hier und man könnte das sozusagen auch als Teil der Arbeit mit ansehen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Also ich definiere eigentlich ungern Sachen über Objekthaftigkeit oder etwas was abgeschlossen ist weil man nicht mehr daran arbeitet sondern ich glaube es sind wirklich Fragmente sind ein gutes Wort dafür von einem künstlerischen Arbeitskörper eigentlich. Aber gleichzeitig funktionieren ja deine Arbeiten oder sehr viele deiner Arbeiten gerade deswegen so gut weil du in der Lage bist sie eigentlich in sehr schlüssige formale Lösungen zu überführen also das ist eben sozusagen die Aquarelle funktionieren Wir müssen immer von vorne anfangen ich hätte keiner verstanden insofern glaube ich dir nicht ganz dass alles die Arbeit ist und es keine Unterscheidung gibt oder andersrum gesagt gibt es Dinge die der Arbeit äußerlich sind also ist alles Arbeit oder ist einfach sozusagen im Zusammenhang einer bestimmten Galerie Präsentation einfach der Arbeitsbegriff so umfassend wie möglich gedacht aber es gibt natürlich ganz klar Dinge die für dich nicht Teil der Arbeit sind Oh jetzt funktioniert jetzt aber wirklich das Mikrofon jetzt höre ich das selber auf Wir können es auch einfach da bleiben lassen Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort Das ist vielleicht auch situationsabhängig oder zeitabhängig Ich habe so für mich aber nicht unbedingt dieses Gefühl auch des Fertigseins auch als Künstler Ich glaube ich bin da auf einer ich bin da ganz am Anfang ein Anfänger sozusagen Das ist ja gut dann können wir uns noch auf eine lange und produktive Karriere freuen Ja dann können wir eigentlich sagen what's next was kommt das nächste Achso ist das jetzt eine Frage Nein Das sehen wir dann wenn es kommt Sollen wir ins Publikum öffnen oder ich weiß nicht was die Erwartung oder vorschlagen wir haben ein Mikrofon und würden gerne Sie einladen dazu auch Fragen an Christian oder und Nassian zu stellen Hat jemand eine Frage Ja ich finde die Arbeit natürlich auch interessant genau wie Christian Rattenberger schon gesagt hat dass sie auf so unglaublich vielen Ebenen funktioniert man kann dieses anachronistische mit den Bildern in so einer medialen Welt wiederholen ich finde natürlich auch in diesem Raum wahnsinnig schön dass man die ganze Zeit das Rattern auch der Druck der Zeitung eigentlich spürt ich glaube das ist die allererste Arbeit in diesem Raum die so unglaublich mit der Geschichte dieses Raumes auch arbeitet ich finde das spielt gerade in deiner Arbeit auch wahnsinnig viel mit was mich aber noch interessieren würde auch außerhalb dieses ganzen performativen oder gestischen was auch da drin ist ist eigentlich ein Aspekt den du selber immer ganz wenig betonst und zwar wirklich den des Bildes weil ich finde das ist dann doch ja bei all deinen Arbeiten auch eine unglaubliche Kraft ob man nun das Video oben sieht vom Hamburger Bahnhof wo du natürlich eine unglaubliche monokome Bild ist in dem man ja wenn man auch von den Körpergrößen einfach davorsteht irgendwo auch in diesen Sprüchen wieder aufgeht und es ist natürlich auch in den Wolken oder in den Meeressachen so dass es dann immer über diese Kraft des Bildes funktioniert und auch hier ist es ja so dass wir zum Schluss eigentlich auf dieses gedruckte Bild schauen und es natürlich auch eine bewusste Entscheidung von dir ist zu sagen ich lasse zum Beispiel diesen schwarzen Rand stehen ich hobel jetzt nicht alles weg sondern der gibt dem ja auch nochmal ein unglaubliches Framing also es kommt manchmal bei dir so rüber als wenn das irgendwie so ein bisschen zufällig wäre aber ich das 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 hat vielleicht auch so mit meinem Hintergrund zu tun ich komme ja nicht ich komme persönlich nicht so stark aus einer intellektuellen Background und für mich spielen natürlich auch Bilder und auch vor allem so eine unglaublich visuelle Ästhetik die auch eine Kraft hat die aber auch eine Funktion innehaben kann in dem Sinne dass sie wirklich eine Attraktion wird und ich glaube diese Attraktion diese Schönheit diese ja diese Ästhetik die Leute einfangen kann kann man wirklich auch dafür benutzen und ich glaube ich bin schon jemand der bestimmte Tools Werkzeuge recht gut einsetzen kann so denke ich mir oder mache ich mir manchmal selber vor dass ich sozusagen das auch benutze also es hat dann schon auch ein Grund warum ich mit einem Schrecken vielleicht mit Schönheit antworte oder auf ein Statement auch mit Schwarz und Weiß antworte und da wenig Variation dahinter lasse und auch hier eine Art von Bild aufbaue das ja auch gewissen ästhetischen ästhetisch sagen wir mal in die Richtung von Schönheit und Erhabenheit wirkt und das aber zu kombinieren mit mehr das interessiert mich weil es nicht da bleiben kann eigentlich es kann nicht und deswegen das ist glaube ich etwas was für mich immer wichtig war es kann nicht auf so einer eindimensionalen Art der Lesbarkeit bleiben das interessiert mich nicht ich versuche eine Art von Vielschichtigkeit in die Arbeiten reinzubringen die Vielschichtigkeit die ich sozusagen auch empfinde dabei und auch als Grund ansehe warum ich überhaupt diese Arbeiten in die Welt setze und warum ich überhaupt ja auch die Entscheidung getroffen habe solche Arbeiten als Künstler in die Welt zu setzen weil es natürlich ja auch nicht eine ungefähre Entscheidung ist als Künstler zu arbeiten das hat ja auch viel mit einer Art von Egoismus zu tun einer Art von Bild Aufbau oder Auseinandersetzung die viel mit die sehr ich bezogen ist und ich glaube dieses einerseits ich bezogene andererseits mir so mir so wichtig ist dass es halt nicht bei dieser Ich-Bezogenheit bleibt und nicht auf einer Ebene der Schönheit oder der Ästhetik oder des Formalen stecken bleibt sondern dass es noch mehr anstellt und vielleicht auch Zeit in Anspruch nimmt da immer wieder auch was Neues zu sehen das interessiert mich Mich interessiert etwas was nicht einfach nur da ist sondern auch sich verändert auch die Sicht vielleicht sich darauf verändert das ist ein Thema das ist ein ganz starkes Thema diese ja diese Art der des Verstehens das aber auch auf Veränderung beruht weiß ich nicht ob das vielleicht damit zu tun hat aber ja das hat ja das ist manchmal ganz schön noch eine Frage vielen Dank vielen Dank fürs Kommen und die Ausstellung läuft noch wie lange? also die Ausstellung läuft nur noch morgen und übermorgen da sind wir auch wirklich da und Werkstatt läuft noch und danach ist die vorbei Dankeschön Danke sehr Dankeschön